Der Vergleichstest der Hilti TE55 gegen den GbH45DE. Zwei Maschinen in der gleichen Gewichtsklasse. Der Vergleich, beide mit Airtek Speed Spezialmeißel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Der direkte Vergleich der beiden 5kg Hämmer zeigt, dass der Bosch Hammer deutlich besser schlägt.